Manche Menschen fragen sich, warum bin ich so, wie ich bin? Warum kann ich nicht so viel Freude, nicht so viel Glück haben oder fühlen? Und wie kann es sein, dass mein Leben einfach nicht gut läuft, ich kein gutes Selbstwertgefühl habe, mich nicht wohl in meiner Haut fühle und vieles, vieles mehr Beziehungen nicht gut laufen, obwohl ich das Gefühl habe, meine Eltern haben mich weder geschlagen, noch bin ich missbraucht worden, noch, ja, es sind große Schicksalsschläge Teil meiner Kindheit gewesen. Und manchmal ist die Antwort eben sehr subtil, wenn wir Eltern haben, die kaum zu Gefühlen fähig sind, die selber gar nicht in Resonanz gehen können mit sich selbst, die nicht in Resonanz gehen können mit einem anderen Menschen, auch nicht mit ihrem Kind oder wenn sogar Eltern, vor allem auch Mütter, depressiv verstimmt oder auch depressiv sind. Das kann so subtil sein, dass wir das als Kinder ja als komplett normal wahrnehmen, weil die Welt ist nun mal so, wie sie ist und unsere Eltern sind so, wie sie sind. Und manche Kinder nehmen wahr, dass andere Eltern offensichtlich ganz anders mit ihren Kindern umgehen und viel mehr Freude und viel mehr Spielerisches, viel mehr auch selber ausstrahlen, dass sie Freude am Leben haben. Und manchmal suchen wir uns dann diese Familien als Ersatzfamilien, haben Freunde vielleicht da drin gefunden und gehen da auch immer wieder hin und haben dadurch ein bisschen guten Einfluss bekommen. Aber manche Familien schotten sich einfach auch ab und haben diesen Satz, nein, alles, was in dieser Familie ist, muss in dieser Familie bleiben und alles andere ist Verrat und du bist doch mein Kind und kümmere dich auch noch um mich und dann wird die Last für ein Kind unglaublich groß und natürlich hat es große Auswirkungen. Warum hat es so große Auswirkungen? Weil wir Resonanz brauchen. Wir kommen auf die Welt und suchen diese Resonanz und wir brauchen die für unsere eigene Entwicklung. Wir können nur ein Gefühl für uns selbst entwickeln, also dass wir ein Ich sind, ein eigenes Selbst, wenn wir ein Gegenüber haben, das uns spiegelt, das auf uns eingeht. Und Babys kommen am Anfang auf die Welt und leben nicht in der Trennung, leben nicht in Dualität. Es gibt kein Du bist da und ich bin ich, sondern alles geht eins zu eins in das Baby rein, auch schon vor der Geburt. Sie sind Teil der Mutter. Sie teilen dieselben Gefühle, dieselben Ängste, dieselbe Trauer, dieselbe Schwermut, dieselbe Freude. Und wenn ein Baby immer in ein Gesicht schaut, was kaum Mimik hat und wenn dich das interessiert, in meinem Video über Bindung zeige ich das Experiment von Edtronic, das Stillface-Experiment, wo man sieht, wie Babys auf ein glattes, stilles Gesicht reagieren. Wie schnell sie merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und wie schnell sie völlig in Panik geraten, wenn da keine Resonanz ist. Aber von Depressionen ist eben ein Merkmal, dass die Resonanzfähigkeit sehr, sehr abgemildert ist. Und genauso eben für Menschen, die gar keinen Zugang zu sich haben, die gar keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben. Und dann haben wir, sehen wir in diesen Gesichtern einfach keine Resonanz auf uns. Und das macht ein Baby, bringt ein Baby in großen, großen, großen Stress. Und ja, da ist vielleicht keine Gewalt gelaufen. Das macht es für uns später als Erwachsene so schwer, den Finger draufzulegen. Was ist denn da schiefgegangen? Die haben doch sich immer bemüht. Die waren auch ganz lieb und ganz nett. Und sie waren einfach wenig präsent mit sich, in sich und in der Resonanz mit mir, mit mir als Kind oder mit dir eben als Kind. Und das macht allen, allen Unterschied der Welt. Wenn Eltern sehr selbstbezogen sind, viel mit sich zu tun haben, viel Ärger in sich tragen, viel Trauer in sich tragen, viel Schmerz in sich tragen und das Baby sieht das ständig im Gesicht von seinen Eltern, dann bezieht es es irgendwann auf sich. Weil erstens fühlt es die ganzen Gefühle und irgendwann bezieht es sie auf sich. Ich werde so angeguckt, ich bin der Auslöser. Ich muss der Auslöser sein. Weil für ein Baby besteht nun mal die Welt aus quasi diesem kleinen Feld von Ich und Du und alles wird auf sich bezogen. Das nennt man übrigens kindlichen Narzissmus. Und der ist absolut und total normal und gesund. Und der ist ganz, ganz wichtig für unsere Entwicklung. So, ja, das ist diese Ich-Bezogenheit. Ja, aber wenn eben, vielleicht kannst du dir das vorstellen, wie das für ein Baby ist, was quasi darauf angewiesen ist, auf die Freundlichkeit und auf das Gefühl, sich willkommen zu fühlen. Ja, und man weiß heute, dass quasi wir dann in diesem, in unserem Kern, in unserem Selbst verankern, ja, wie wir gespiegelt worden sind. Ja, und wenn da eben keine Freude war, kein Willkommen, ja, kein Auf-mich-ein-gehen, keine Resonanz, dann verankern wir in tief, tief, tief in uns. Ich bin nicht in Ordnung, ja, ich bin nicht in Ordnung. Und damit gehen wir dann weiter ins Leben. Und das ist Entwicklungstrauma, ja, das ist die Urform quasi von Entwicklungstrauma. Und es ist oftmals eben so, so schwer, das zu erkennen, dass diese Abwesenheit von so eine tiefe, tiefe Wirkung auf uns hat, auf unser Selbstverständnis. Wir beziehen unseren Selbstwert, unser Selbstbewusstsein, das Bewusstsein, das wir bilden, dass wir ein Selbst haben, dass wir ein Ich sind, beziehen wir aus dieser Spiegelung. Und so wie die Spiegelung war, so ist später dann eben unser Bewusstsein von uns selbst, wer wir sind. Und den Rest kannst du dir mit Sicherheit dann selber herleiten, warum du deine Probleme hast und warum du da bist, wo du bist. Und hab Mitgefühl mit dir. Das ist das, was du mitbekommen hast. Und das ist erst mal so tief in uns drin, dass wir wirklich neue Erfahrungen drauflegen müssen. Wir müssen die Bereitschaft haben, neue Erfahrungen zu machen und zu fühlen und zu sehen, dass wir heute vielleicht andere Beziehungen haben, Menschen uns anders spiegeln. Und das ist die Chance, die wir haben, um das langsam, langsam, langsam zu verändern. Aber es ist eben überhaupt nicht leicht, weil es die ersten Eindrücke sind und es nichts gab, was wir dem entgegensetzen konnten. Wir haben das nicht durchdenken können. Wir konnten nicht sehen, wie es unserer Mutter geht und warum sie so war, sondern sie war so, weil sie uns gesehen hat. Und das ist so tragisch und so schrecklich. Ja, aber es ist wichtig eben, es zu wissen, wenn du auf der Suche bist, vielleicht ist das einer deiner Lösungspuzzlestücke, um wirklich zu verstehen, ah ja, da komme ich her und deswegen ist das oftmals vielleicht in mir so dunkel, so unsicher, so wenig Wert, Selbstwertgefühl und all diese Dinge. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn dir das was sagt und dann danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dami. Gillespie. Ja.